Als Kind schaute ich Flona mit meinen Geschwistern im Fernsehen. Ich liebte Flona, weil wir uns sehr einig sind. Damals traumte ich davon, Bernd zu besuchen, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich einstags hier leben werde. In Syrien arbeitete ich beim Fernsehen. Im Moment mache ich eine Radiosendung bei Radio Rabi. Die Musik wird live von Rabi-Studio mit der Mammelkatt-Band. Ich wünsche für meine Kinder, dass sie in Freiheit aufwachsen und eine gute Schulbildung haben werden. Und Bernd ist ein guter Ort davor. Bezamanen 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 Bezamanen